Ich hoffe, ich muss dann gleich wieder da sein. Ja, gucken wir mal für wie lange. Nicht, dass das Stream gleich wieder abkackt. Das muss nicht sein. Oh nein, ich bin nicht auf dem Kabel eingeschlafen. Offline? Ja, nein. Verbindung heute, das dritte, vierte Mal verloren. Fünfte. Keine Ahnung. So, Chiming, möchtest du jetzt mit mir reden? Du riechst immer noch so gut. Also, ich weiß nicht, dass ich nicht mehr benutze. Das heißt, einige von den Kosmetikern, die ich benutze, sind scented. Vielleicht ist das die Grunde von dieser Verkaufung. Also, ich weiß nicht mehr, wie die Pläge. Ich verwende Perfume, wie die Plague, weil Celestia nicht die Lusty-Sailors empfiehlt, und kommen für die Source. Das ist das Schlimmste, die Paimon gehört all den Tag. Während wir auf dem Thema, hast du nie gehört, dass jemand von Ying-Ar's Homemade Perfume erwähnt? Ying-Er? Oh, als in Scent of Spring, Ying-Er? Ja, das ist sie. Viele von der Rech-Familie haben sie zu machen Perfume für sie. Die Übertragungsrate schwankt aber echt extrem. Ich habe hier unten in der Ecke so ein Leuchten von der Übertragungsrate. Wenn eine gute, schlechte oder mittelmäßige Verbindung ist. Es schwankt halt so zwischen grün über gelb über orange über rot. Ja, und das Ding spielt Disco-Kugel. Ja. Dann wird es Zeit für deine Anbieter, einen Außeneinsatz zu zelebrieren, um herauszufinden, warum deine Verbindung abbricht. Hier. Ich glaube wirklich, ich muss da mit jemandem telefonieren. Weil das ist ja schon Unschuld. Wobei, ne, heute habe ich wohl schon gelesen, haben mehrere Probleme mit Vodafone. Und seitdem Probleme mit Vodafone seit Ende des Jahres, letztes Jahr, seit... Da gab es ja irgendwie auch in den Medien halt größere Probleme mit Vodafone. Ähm... Ja. Da... Seitdem ist es ja so extrem. So, hallo. Du riechst bestimmt auch für gut. Well, hello. You found me at last. I've been waiting for you. What? How did you know we were coming? Oh, I heard a rumor about a couple who were snooping around town looking for a sweet-smelling lady. Actually, I was starting to worry you wouldn't find me. This is the ultimate test of my appeal, after all. Snooping around? Why are you making it out like we're bad people? What can I say? People love to talk. Maybe you ought to be more discreet in the future, if you don't want Word to get around. Relax. I know why you're here. You want to get your hand on my homemade perfume, don't you? What kind would you like? We have these three Arten von Salenblumen ausgesucht. Three in one go. My goodness. You have extreme tastes for someone your age. Maybe the rumors I heard were true, after all. You're on the prowl and need some sweet-smelling ammunition? Was stimmt denn damit nicht? Ei, 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 who let this tiger out of the cage? Well, with your looks, who can blame you? If you've got it, flaunt it. As one of my favorite poems goes. Oh, cherry tree, begrudge not thy blossoms, as they are deflowered in the spring. For come winter, even thy sturdiest wood shall wither. That went over Paimon's head a little. In short, I'm happy to help. Traveler, you can be my assistant. But you'd better make sure I'm the only person on your mind while you're hanging around with me. Okay. So, where is a good place for making sweet, sweet perfume? In a Totopo-Schlucht. Where is that, Mondstadt? We're only making some perfume. There's no need to go to such ridiculous lengths. Somewhere closer to home will do. Let's go for the kitchen at Wan Min's restaurant. Dann auf, nach Wan Min's restaurant vorne. Bei einem Fernsehkabel müsste aber normalerweise eine stabile Verbindung vorhanden sein. Außer diese Leitung nutzen sehr viele Leute gleichzeitig. Eigentlich. Try something new at the Wan Min's restaurant. I've had a word with Chef Mao. We can start work now. Are you ready to please me? What did you say? I meant make me proud. As my assistant. Obviously. Well, I'm setting up. You can go and fetch some water. Ja, yeah. Try something new at the moment. Where is water? Do you have water? Water, 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 water? No water. Here is no water. Es gibt hier kein Wasser. Vielleicht unten am Fluss. Wimsof? Ne. Ja. Nein. Doch. Also. Ach da. Das muss er so nicht nehmen. Duft für den Grund. Du bist jetzt ein Weltenretter zum Boten, vom Weltenretter zum Boten degradiert. Standard, wie in jedem Spiel. Nein, das wollte ich nicht. Ja, schon gut, ich habe verstanden und ich meine das gar nicht zweideutig, nein. Okay, auf zur Werkbank. So, wir müssen diese drei Dinger mal herstellen. Ups. Das ist jetzt hier immer noch unten rutscht, ne? Okay, Arbeit ist verbracht. Ja, ist ein Duft. Wow, das ist ein Exzuzidete Silk Flower Essence. Auf zum nächsten Mal, der wichtigste Punkt. Die Essence ist in der Wasser und in der Höhe der Höhe bis die ganze Wasser hat. Du musst du in die Höhe kontrollieren. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wird die Scent verletzt. So bitte, focus auf die Höhe kontrollieren. Unter Jüngers Einleitung konntest du helfen. Aber darum ging es doch gar nicht. Ich habe die ganze Zeit vorhin nur an dich gedacht. Ich habe das erste Mal gehört. This first one is sweet as candy, straight out of a fairy tale. Younger women will love it. The second one is for those with more refined tastes, the first choice for daughters of high society. Finally, the third one has a soft but lingering scent, like a mist that captures the last light of dusk. Mature women adore this one. All clear? Don't get them mixed up now. You'll ruin it good. Be sure to come visit if you ever need help with anything, okay? Oh, okay. I'll leave you with some parting words. One who tries to sail three boats simultaneously should be careful not to go overboard. Okay. Come and hang out with me at Scent of Spring sometime, okay? Okay. Let's take these three perfumes over to the Statue of the Seven. Mr. Zhongli has probably been waiting a while. Okay. So, wohin? Dahin. Hey, let's get up. We've brought the perfumes, Mr. Zhongli. Did we take too long? You were just staring up at the statue. Oh, you're back. Don't worry. I haven't waited long. Compared to the watch that Rex Lapis' statues have kept over Liyue, this was but a brief moment. Well, how can a person compete with a statue? That is true. Well, have you brought the perfumes? Three sets and not one less. Thank you both. Let us offer them up. Geheime, geliebte Opfern. This is the first kind of perfume. Miss Yinger said that this is the second kind. Ja, ja, der dritte Opfern. Rex Lapis scheint diese hier wirklich zu mögen. That's the one older ladies like, right? Does that mean that Rex Lapis is actually an older lady? Perhaps. Perhaps. Rex Lapis has taken on countless forms. Perhaps that really was one of them. What a shame. We only got to see the giant dragon form and... Let's hope the Chisink can catch the real killer. We can leave that to the authorities. Let us focus on the fond farewell for Rex Lapis. Tja, wir machen das, um den Leichnam des Stammvaters der Adepten zu sehen. So, we've finished another step in our preparations. What's next? Next, I would like the two of you to help me borrow the Cleansing Bell. Cleansing Bell? At present, a friend of mine named Madam Ping is the guardian of the Cleansing Bell. She lives near Eugene Terrace. If you ask her, she will know what to do. Sure, but aren't you going to come with us? Ah, I have certain reasons why I cannot be there in person. Please, do this for me. Man, why is he going to be so secretive this time? Okay. Auftrag abgeschlossen. Auf zur nächsten Quest. Innere Welt. Sprich mit Madam Ping. Wo ist die? Irgendwo da, okay. Das ist, glaube ich, die, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Die, der wir dann die Blume vor der Auge weggeklaut haben. Wie gesagt so. Junge Leute interessieren sich ja sonst gar nicht für Blumen. Haben wir ihr schon? Ist das ein toller Hecht? Bestimmt ist der Grund, weil er nur ein nutzloser, questgebender NPC ist. Nee. Sogar ein NPC, den man auch selber spielen kann, wenn man ihn gezogen hat. Siehste, es ist die. Hallo, Madam Ping. All things must change. Guten Tag. Hm. Youngster. Are you here to admire the flowers? Ah, but it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither her away. So that means these flowers feel what's happening in Llewit? Yes. The rumors of Rex Lapis' death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that that which lies in the deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Ach, ich bin noch da. Did you have something to say, youngster? Ich rechne jetzt irgendwie wieder mit einem Disconnect. Ich will es nicht darauf beschwören, aber die Zahlen sehen nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Ich warte noch, bevor ich jetzt hier weiter drücke. Es sieht nicht gut aus. Habe ich gesagt, dass es nicht gut aussieht? Es sieht nicht gut aus. Es sieht immer noch nicht gut aus. So, wir wollen uns die Glocke der Reinigung ausleihen, während es nicht gut aussieht. Ah, dieser alte Trinket. Ich erinnere mich, es hier mit mir zu sein, aber ich habe älter geworden. Ich kann nicht ganz genau erinnern, wo es genau ist. Ein älter Freund von mir war, hat ihn auf seine Person gekämpft. Back when I was young, he saw me gazing at it often and gave it to me. But he told me then that if someone should come to borrow that bell, I should not be loath to part with it. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. Aber wir können auch selbst suchen. That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, um, we can help with chores, if you have any too. All right, children. There is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Eh? Do you live near here, Granny? Whoa. But this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in here. How does that work? Glocke is alles, was du hast. Hey, that's rude. And even if it was like that, it must be a very expensive bell. Right, Granny? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot and you are quite welcome to borrow it, if you can find it. This granny is so weird. What does she mean? Her whole household is in here. Is she playing with us? Aber ich glaube, das machen wir dann nicht mehr heute, weil ich davon ausgehe, dass das Stream eh jeden Moment zusammenbricht. Von daher würde ich sagen, wir machen halt jetzt Feierabend. Weil, ne, mit den ganzen Abbrüchen heute, ne, das ist echt schon nervenaufreibend. Ich will einfach nur in Ruhe zocken, sonst würde ich hier locker noch ein, zwei Stunden machen, aber mit, mit dem Internet heute, das halt nicht so pralle ist. Es ist halt eher so, ne. Ja, und deswegen, bevor es hier noch zu mehr Abbrüchen kommt, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Und dann machen wir höchstwahrscheinlich, ähm, Donnerstag? Ja, müsste Donnerstag sein, dann machen wir am Donnerstag hier nochmal ein bisschen was. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Wird bestimmt super, vielleicht, eventuell, möglicherweise. Ich hab keine Ahnung, das sehen wir dann. Ich sag jetzt schön mit Ö, wünsche euch dann noch eine schöne Woche, dann bis dahin und sage Tschüss und bis denn. Musik Her words unspoken, with silence to blame How she tries to gain the courage To understand why It came to be this way These words of wisdom Time and again go unheard He knows it's not her fault That it was all in vain We all bleed the same Our differences are great But not enough to separate Us from their lies We tried, we did our best Why can't you look into my eyes? And she said My friend, you know There's nothing we can do Just let it go Secrets never show themselves You learn to just move on Till then this song is for you And he said The only way to learn Is to experience the pain In that way we're the same Oh, they turned around Departed ways This song is for you So it's been written Through the ages of time From pens of ancient masters To prose of the modern mind A tale to be told And now we find them Holding on to their faith They've tried all that they could But we know it's just too late To not end up alone The jury overthrown Their differences are for you But not enough to see them through It's such a shame They wonder who's to blame Or is it just that we're the same And she said My friend, you know There's nothing we can do Just let it go Secrets never show themselves You learn to just move on Till then this song is for you And he said The only way to learn Is to experience the pain In that way we're the same Oh, they turned around And parted ways This song is for you Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.